Manchmal ist es geil, du klickst dann an zum Angreifen oder so und dann will er nicht. Naja, ich habe keinen Bock. Naja. Nein, mir gefällt sie nicht. Ich habe nicht genug Mana. Marsch, hast du nicht genug Mana? Hier, friss das. Ich wollte gerade sagen, wenn du den nicht kaputt machst, dann kann sie aber auch sehen. Wir haben um 1.20 Uhr angefangen, ne? Japp. Guck mal auf die Uhr. Ich weiß, 2 Uhr. Bin zu süchtig. Ich schläft jetzt, Gott sei Dank. Ich habe nicht mehr zurückgeschickt. Berinda. Ich muss in 4 Stunden wieder aufstehen. Okay, sagen wir 4,5. Ach wann, das ist mein Mötzer für nicht, da habe ich gar nicht mitbekommen. Du Brüste hast? Gut gespielt. Ja. Wird das mal heute noch was hier? Sind wir für einen Seniorenkampf hier? Boah. Alter. Meinst du so? Ja. Ja, genau. Mach noch. Vielleicht mach noch so. Mach noch so. Hier ist backt bei mir die Karte wieder rum. Sicher? Ja. Bei mir ist sie jetzt erst gerade auf Hand gekommen. Bei mir liegt die jetzt noch auf dem Feld. Umgedreht. Und eine Lücke in deine Hand flippt. Das kann ich nicht tun. Du kannst das tun. Ah, jetzt kommt sie. Ah ja, weil du sie wieder hingesetzt hast. Ja. La 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 la. Egal, dafür kann ich wieder eine Karte ziehen. Hm. Na, was machen wir denn jetzt? Wohl. Ob so, wäre eigentlich geil gewesen. Hm, egal. Egal, egal, egal. Solange ich es schaffe zu gewinnen. Wenn ihr meint. Du müsst eigentlich eine Quest geben, ein Spiel mit einem Freund oder so. Hm. Und dann auch einen schönen ganzen Tag spielen. Mach irgendwie zehn Spiele oder so. Und dann kriegst du 100 Thaler. Warum nicht? Eigentlich schon, ne? Wäre schon eine geile Quest. Ach nee, ey. Ich wollte gerade sagen, hast du stehen wieder hin zum Zerstören. Gegner. Ja. So eine Karte. So eine Nerv-Micht-Karte. Ja, ne? Wenn das gleich so weitergeht, nehme ich mein eigenes Pack. Ach, das ist nicht dein eigenes Pack? Nein. Ach ja. Stimmt ja, weihau was. Nimm das. Nimm das. Ich hatte die Karte nicht. Na, 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 na. Sei nett. Ich hab da zwei von. Ich verliere. Soll ich mal mein eigenes Pack nehmen? Das ist was anderes. Aber ich glaube, das ist noch nicht so richtig zusammengestellt worden. Das ist ja dieses Basic-Zeug. Aber danach geh ich mal eben kurz auf den Pott. Ich muss pinkeln. Das Glied. Dann tun wir dein Glied immer. Ja, was denn? Ich hab Suso verloren. Ob ich so oder so mach. Äh, 339? Ja, hast du. Weißt du, was so lustig ist? Hm? Ach so, ich hab noch ne Karte. Äh. Schnell und stark zuschauen. Ja. Und verloren. Oh. Tut mir aber leid. Ja, dann können wir euch ja auch recht die Aufnahme unterbrechen. Ja, aber dann können wir sofort weitermachen. Wir gleich wieder da sind. Ja, dann machen wir ganz kurz Pause und bis gleich. Tschüss. Jo Leute und damit willkommen wieder zurück zu Hearthstone. Nach der kurzen Pause sind wir vielleicht schon nicht wieder da. Na hi. Hier ist Günther. Hab ich doch schon gesagt. Günther Adolf. Günther Adolf. Willst du mir eine Anfrage schicken? Wollen wir Freunde sein? Nee, bloß nicht. Schrecklich. Ja. Der Junge ist schrecklich. Schrecklich beschissen. Are you ready? Are you ready? Positioniere Helden. Rühre Mana an. Zieh Schrauben ein. Starre Gastwirt an. Ey. Was? Hast du irgendwie getrunken? Wo ist dein Schurke? Ich hatte gerade keine Lust mehr drauf. Wow, was hab ich denn da für Karten, Mist, ey. Oh, nicht schlecht. Ich hab ne Überraschung für dich am Anfang. Ja. Ach klar kannst du das tun. Hier. Das war's. Na, du kannst mich mal echt. Jetzt hörst du keinen runter. Hab ich gerade auch im Klo gemacht. Weißt du doch. Hm, wie immer bei dir. Aber ich hab jetzt meine Ruhe. Grappel, grappel, grappel. Wie, was du wollen? Warum hast du? Warum? Warum? Kannst du dir einfach sein lassen damit? Mit deinem Monster? Keine Lust. Auch geil, du setzt die Karte und dann ziehst du die Karte. Voll schnell mit deinem Mann. Ja. Ab und zu ist das ein bisschen merkwürdig. Ja, es kommt nicht so schnell hinterher mit den Leuten. Schon schreckig, wenn du die erst angreifen musst, ne? Also, ich hab noch ne Überraschung für dich. Ich küss auch im Arsch. Achso. Wir können das so machen. Wir können das so machen. Und dann sind wir gleich auch fertig. Ja. Kann ich dir? Ne, geht nicht. Schade. Aber jetzt kannst du. Aha. Soll ich dir mal sagen? Ich hab noch ne Überraschung für dich. Das ist doch nicht das Standard-Deck! So sieht's aus, ein Freund der Nacht! So ein Wichser halt! Ich könnte dich echt umbringen! Das ist mein erstes Feck, weil ich's zusammengestellt hab! Oh, ob das was taugt! Bist ein Penner! Nee! Doch! Schöne, unfair! Die ganze Zeit muss ich lieb spielen hier! Was der auf jedem Deck hat! Meine Fresse, ey! Hm, du kannst nicht mal! Das ist schon ein Spottmonster! Boah, also verteidigen auf und dann zieh ich dich durch! Ja genau, erhalt noch Rüstung! Macht dir das Spaß, mich immer anzugreifen? Wusste ich ja! Tröste dich! Ich hab noch eins! Ha, ha, ha! Boah! Weil's hier mein Deck aufgebaut ist! Mhm! Das ist nur ein Verteidigungspack! Mit Nebel bei Nacht! Und Finger am Arsch! Ja, hast doch selber, du Eierkopf da! Hab ich? Ja! Ja, hast doch grad auch selber gelegt! Na, wen wollen wir denn angreifen? Tröste, die machen ja keinen Schaden zurück! Tröste, die machen keinen Schaden zurück! Hm, 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 hm! Oh, du bist so'n Arschloch, echt! Tröste, die hab noch mehr! Ja, das glaub ich dir, dass dein Deck jetzt hauptsächlich so aufgebaut ist! Oh, ich hab gleich noch ein paar Überraschungen für dich, tröste dich! Die Überraschungen, die kommen alle noch! Sei ruhig! Weil's hier das aufgebaut ist! Ich will eigentlich mal eine Special-Karte! Oh, Xenthus, hast du dich da gespawnt, oder? Hab dich gespawnt! Määää! Öl! Määäähä! Määähää! Ja, das ist schon gemeint, so viele Verteidigungsmonster da zu sitzen zu haben, ne? Hm! Mh... Nee, das ist nix. Ist meine ganze Linie durchbrochen. Mh... Ja, ist klar. Was denn? Nix. Ach komm, weih doch nicht rum. Mh... Ist aber Standard-Pack von mir. Das Basic-Pack, das erste. Mh... Ja, guck. Cheat ist doch wiederum hier. Jau. Guck, zehn Schaden hier. Ist doch gecheatet hier. Die Karte ist schön, die ich da liegen hab, ne? Och, komm, hau ab damit. Guck. 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 Ist nicht gelitten, ne? Nö, warum? Darum. Warum hab ich denn gelitten? Überall. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Was glotzt'n so? Ja, haste aber gewonnen. Ja, guck, Ansturm auch noch. Kann ich ja nix gegen machen. Nö. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ... Ich habe zu viele Diener. Steht hier gerade. Ja, ist wirklich so.